Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 19. Februar. Heute haben wir dabei Netflix, Amazon Studios, die Echo Wall Clock und Android Q. Beginnen tun wir mit Netflix. Es hat sich schon angedeutet und jetzt ist es auch fix, denn Netflix hat bekannt gegeben, die letzten beiden Marvel-Serien, die übergeblieben sind, Jessica Jones und The Punisher, werden auch nicht weitergeführt. Es gibt also keine dritte Staffel von Punisher und Jennifer Jones endet nach der dritten Staffel, die jetzt demnächst kommt. Und die Serien werden wohl weiter auf Netflix bleiben, denn Netflix ist Miteigentümer, aber eventuell werden sie auch auf dem kommenden Streaming-Dienst von Disney, den Besitzern von Marvel, auch weitergeführt. Das ist noch nicht so ganz klar, aber machen wir uns nichts vor, da ist Geld zu machen, das werden die schon in die Wege leiten, denke ich. Und wenn wir schon von Streaming-Diensten und Filmstudios reden, wechseln wir mal direkt ins nächste Thema, zu den Amazon Studios. Das ist der Filmarm von Amazon, wo die Kinofilme mitproduzieren. Und die haben jetzt bekannt gegeben, dass sie ein Total von 30 Filmen pro Jahr produzieren werden. Und das wird sich vermischen zwischen Blockbustern, Arthouse-Filmen und ja auch kleineren Movies generell, die dann auch vielleicht erst direkt zu Prime Video gehen und gar nicht erst ins Filmtheater kommen. Und Amazon möchte auch ein bisschen gucken, wie das mit den Zeitfenstern aussieht, denn meistens kommen die Filme, die ins Kino kommen, ja bereits nach drei Monaten dann auf den Streaming-Plattformen zum Kaufen als DVD oder Blu-Ray. Und damit möchte Amazon jetzt auch spielen und sich auch nicht konsequent an dieses klassische Drei-Monat-Fenster, was ja mal sechs Monate und war früher sogar über ein Jahr oder noch länger war, halten. Und warten wir mal ab, wie die Filmindustrie da mitspielt und ob Amazon sich da durchsetzt. Und wenn wir schon beim Thema Amazon sind, ich hatte vor ein paar Wochen, das ist schon sehr lange her, mal über die Amazon Echo Wall Clock geredet, also die smarte Wanduhr von Amazon. Und ja, die war aus dem Laden, also aus dem digitalen Laden von Amazon verschwunden, denn sie hatte Verbindungsprobleme, was natürlich ganz schlecht ist bei so einer smarten Wanduhr. Und das ist jetzt anscheinend behoben, denn in Amerika kann man das Teil für 29,99 Dollar wieder kaufen. In Deutschland ist das Ding zur Zeit noch nicht verfügbar, aber schauen wir mal, ob sie kommt. Die Amerikaner können sie jetzt auf jeden Fall ordern und die bekommt dann direkt ein Update, sobald sie einmal angeschlossen ist und dann soll das Ding einfach gut laufen. Das nächste Android steht ja auch irgendwann wieder an und nach Android Pie kommt dann Android Q. Und die XDA Developers haben schon eine frühere Version von dem Android bekommen und sind da ein bisschen im Code am Rumsuchen und haben nun rausgefunden, dass Gestensteuerung bei Android ab Android Q wohl verpflichtend wird. Beim Android Pie konnte man noch wählen, ob man über die Buttons oder über die Gesten navigieren möchte, also bei einigen Geräten zum Beispiel, beim Pixel 2 und 2XL. Und beim Android Q soll das eben nicht mehr möglich sein und auch der Zurück-Button wird wohl entfallen. Sprich, das sieht mir mal nach randlosen, buttonlosen Geräten aus. Ähnlich wie die aktuellen iPhones, wo dann über Gesten gearbeitet wird. Und ob die Nutzer auf Android das annehmen, das steht jetzt erstmal in den Sternen. Und ob nicht wieder auch vielleicht irgendwelche Hersteller nochmal was drüber bügeln und die Buttons doch irgendwie wieder zurückkommen. Das ist ja in der großen weiten Welt von Android alles möglich. Ja, das war es auch schon für heute dann. Ich wünsche euch einen guten Dienstag. Hoffe, wir hören uns morgen wieder. Bleibt positiv und bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.